Ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach ihn. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt, Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier auf nicht auf die Türen zugreifen, du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Wunderbar. Und ja Leute, ich muss euch sagen, ich habe keine Stoppuhr. Das heißt, ich gucke gerade auf irgendeine Uhr, versuche da irgendwie was zu biegen, was zu berechnen. Ja, ich habe ja um 11.36 Uhr angefangen, jetzt ist es 11.37 Uhr logischerweise, komischerweise. Hoff einfach mal drauf, dass es hier, ja, dass es funktioniert. Und was da für Ficknöde war das? Eine Orgie. Sieht aus wie so ein, oh Gott. Lebt ihr? Ist klar bei euch? Ja, ich glaube ihr lebt nicht. Jo, es geht. Darf ich bei der Party mitmachen hier? Aha. Ich glaube, euch geht es nicht gut. Warum sind eure Köpfe so eingebuddelt? Naja. Ihr wisst, was ich meine. Lasst mal sehen, was ich jetzt hier so fett verkaufen kann. Hier so voll fett verkaufen. Ja, Diamant. Oh mein Gott. 25.000. Und natürlich verkaufe ich den Shit, Alter. Was soll ich mit dem ganzen Kack, Alter? Alter, ich schwöre da. Okay. Reicht mit Azepeng. Ich soll hier hoch? Mein Lieben gerne. Ich? Mein Lieben gerne. Ein Audiolog, Textlog. Okay. Textlog oder Textlog? Ich bin mir nicht sicher. Ba-ba-ba-da-ba-du-ba-du-ba-du-ba-du-ba-du-ba-du-ba-dub. Ja, mein Gott ist der Text lang. Huie. Ne, dashboard. Da könnt ihr das gar nicht mehr lesen. Ach egal. So, fettisch. Oh, bin mir sicher, keiner von euch liest es. Ich bin mir so sicher, nicht mal einer von euch liest es. Wetten wir? Aha, so. Schwing. So. Auf geht's. Wie viel habe ich? Ich habe eine Energie geknoten, das war... Yeah. Ich fühle mich jetzt nicht sicher. Kriege ich einen neuen Anzug oder nicht? Weil ich glaube, ich kriege keinen mehr. Ich glaube, das war's. Mehr kommen jetzt nicht. Äh, ja, ich, ähm, mache jetzt mal hier. So. Ähm, ja, lass mal sehen. Ich glaube, das kann ich hier erkennen, indem ich jetzt auf Tab drücke. Ne, ich glaube, einer kommt noch. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Deshalb spare ich jetzt noch Geld für den Anzug, falls er noch irgendwann mal kommt. Und wenn er nicht kommt, dann habe ich hier... Oh Gott. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit, aufzuerstehen, Mr. Temple? Dann können Sie das. Nein, nicht Tempo. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Wir werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen. Oh, verdammte Scheiße. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Oh, du krankes Schwein. Ist ja schrecklich. Bäh. Ist das hier auch eklig? Fick dich! Bäh. Bitte warten, bitte warten. Wo muss ich denn lang? Da warten. So. Aha. Jetzt kann ich rein. So. Aha. So. Muss mal Tempo sehen. Wir haben ihn ja die ganze Zeit mitverfolgt. Seine ganzen Erlebnisse sozusagen. Seine ganze Reise hier durchs Schiff. Wie er gekämpft. Wie er gekämpft hat. Wie er das Vertrauen an seine Crew verloren hat. Und so weiter und so fort. Und jetzt ist er tot. Was ist denn das? Okay. Oh. Und töte Affen. Muss explodieren. Okay. Können wir sie mal etwas genauer sehen. Boah, sind die eklige. Ich so abartig. Tempo. Nein, Tempo. Nein. Hey. Komm. Ja. Nur Angst. Jetzt wahrscheinlich springen sie mir irgendwo gleich raus hier. Oh, ich soll hier runter. Wahrscheinlich kommen die gleich hier unten. Direkt von vorne. Oh, was ist das denn? Oh, ich tue schon wieder. Ich schieße einfach mal rein. Irgendwann treffe ich sie schon sehen. Wow, wow, wow. Chill, 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 chill. Ah. Ah. Hilfe. Mein Gott. Geh mal raus hier. Äh. Gibt doch. Schön gemacht. Wow. Waren diese ganze Dreck da auf dem Boden? Naja, ich kann nicht richtig, ich kann nicht sprinten. Das ist schwul. Schwul. Das ist ja aber, die ich nicht. Wer räumt denn jetzt den ganzen Dreck auf hier? Die ganzen Dreck. Oh. Wow, verfehlte Scheiße. Ich habe ja gar nicht gesehen. Kann der kämpfen? Der kann echt kämpfen. Ah, stirb. Stirb. So tot? Ah. Was ist das denn los, ey? Was ist denn los, ey? Pinard. Habt da hinten so ein Ding gesehen? Genau so ein Ding. Jetzt geben wir wieder einen Energieknoten. Dadran sind immer Energieknoten. Das weiß man jetzt nicht. Ah, ne. Obwohl, die kann ich eigentlich alle wieder verkaufen. Nicht? Alle verkaufen. Ich mache gerade einen norddeutschen Akzent, aber den ich nicht hinkriege. Weil ich sowas nicht kann. Oh, hin? Ach ja, gut. Da einfach raus. Mr. Clark. Ich muss mit Ihnen reden. Erzähl. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren müssen, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navigarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Heilen Sie sich. Alles klar. Wo ist dieser mutierte Affe? Na, das ist echt uncool. Warum war er da? Der hätte mich auch angreifen können. Vielleicht will er mich erschrecken. Oh, nicht ihr schon wieder, ey. Ihr seid echt eklig. Oh. Oh. Einfach mal reinschießen. Wie bekloppt da. Ah. Stirb. Oh. Nach lan, nach lan. Sterbe. Und. So, betroffen. Ja, ich wollte das jetzt eigentlich erst mal öffnen. Und mitnehmen. Hier explodieren einfach mal so diese Dinger. So. Der hat irgendwas fallen gelassen. Wahrscheinlich Geld. Ach, 3000. Wunderbar. Muss ich hier rein? Äh? Wirr mich nicht. Ist doch sinnlos, ey. Klopp, ey. Frisch Banane. So. Mitnehmen. Weiter geht's. Ha. Hallo? 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 Die Überbräckung, um zu dir zu kommen. Wow, was war das? Ne, falscher Knopf. Da rein. Alles klar. Du, mein Wegweiser, musstest wissen. Oh. Oh mein Gott. Nicht du schon wieder. Ach, aber die sind echt extrem einfach zu kehlen hier. Oh. Oh, oh, oh. Das reicht doch. Voll einfach. Voll die einfache Sache, du. Ne, kein Bock da hinzurennen. Ich hab Angst. Achso, ja gut. Ah. Türschloss überbrückt. Alles klar. Boah, was ist das? Achso. Ähm. 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 Ist da irgendwas fallen gelassen? Ja. Munition. Wunderbar. Also hier hat man echt keine Munitionsprobleme. Das muss man wirklich sagen. Wir legen überall Munition verstreut. Überall, Leute. Das ist ja echt schlimm. Los, geh auf. Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort warten. Spezialist, bitte. Oh, super. Hier ist es kalt. Oh, was geht, Leute? Ach, komm. Oh, ich krieg ich noch fertig. Au. Ach, die können Dinge nicht mehr spucken. Komm, ganz ruhig, Digga. Irgendwas fallen gelassen. Oh, ja, habt ihr. Oh. Das Problem ist, hier hört man nichts. Hier hört man nicht, wie die Dinger kommen. Das ist ja noch am schlimmsten. Ah, okay. Ah. Oh, schwarzes Viech? Schwarzes Baby. Wow. Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort warten. Spezialisten kontaktieren. Oh, Alter. Nicht diese schnellen Viecher. Ah. Ah, fettes Viech. Fettes Viech. Raufzulaufen. Es ist sinnlos. Einfach E drücken und durchlaufen. Da kriegt man alles mit. Da springt wahrscheinlich jetzt so ein Viech raus, oder auch nicht? Ah, doch. Das war auch so klar. Zum Glück habe ich... Jetzt etwas mehr Luft. Also ich glaube, Luft wird jetzt langsam wichtiger. Ah, wie muss ich... Hä? Zustand bedrohlich. Bitte sofort warten. Spezialisten kontaktieren. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, Mann, ich erkenne gar nichts. Wo zeigt das Ding hin? Hä? Ach so. Ah, alles klar. Das Ding lag direkt vor meiner Nase. Muss ich hier raus? Nein. Ist da lang. So. Oh, jetzt wieder lang hier. Was liebst du denn? Da lang. Viel Funktionen der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme im Ende des Vakuums. Ah ja. Boah, jetzt ist es hier wieder schön warm. So, Leute. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Da würde ich vorschlagen, mache ich hier einen kurzen Schnitt. Aber ihr könnt doch mitkriegen, wie ich voll fett noch speichere hier. Speichern, ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play the space. Bis dann.